Herr Präsident, verehrtes Präsidium, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, unsere Gewässer vor multiresistenten Keimen schützen, so war der Antrag oder der Ursprungsanschlag von Bündnis 90 Die Grünen in ihrem Antrag betitelt. Der Ausschuss hat dann ein Wort ausgetauscht, nun heißt der Titel unsere Gewässer vor multiresistenten Bakterien schützen. Und schon ist Sachlichkeit eingekehrt, meint man ja. Es wurde ja in der Vergangenheit, wie es hier schon angeklungen ist, wie viele meiner Vorredner es schon gesagt haben, überwiegend die Landwirtschaft als Ursache für das Auftreten von multiresistenten Bakterien ausgemacht. Dem ist es ja nicht so. Es sind aber eher die großstädtischen Kläranlagen, wie wir gehört haben, Krankenhäuser und das gleiche mehr. Wir waren ja einmal in Groningen, haben uns das dort ja schon vor Ort angehört, wie das war. Die haben das ja schon lange im Voraus gesagt. Sie begründeten das ja damit, dass wir eine viel stärkere Hausarztversorgung haben und Antibiotika viel zu schnell verschrieben werden und das dann auch entsorgt werden. Man nimmt es drei Tage ein und der Rest wird in Kläranlagen entsorgt. So, es wird weitergehen. Wie wir durch die Unterrichtung und Anhörung erfahren haben, das haben Sie uns ja im Ausschuss dann auch so ganz klar erzählt. Deshalb war es nur konsequent, den Antrag umzuformulieren. Dass Sie nun aber diesen zugegebenen, abgemilderten Antrag von der GroKo jetzt nicht mittragen, liebe Kolleginnen und Kollegen von den Grünen, das kann ich irgendwie nicht nachvollziehen. Denn ich muss ja ganz willig sagen, da hätte ich eigentlich es eher ablehnen können von der FDP. Wir hatten ja noch einen Änderungsantrag versucht einzubringen, in dem wir ja gesagt haben, wir wollen das noch mehr abmündern. Aber vielleicht war der Antrag von uns zu abstrakt und technisch zu versiert. Vielleicht war unser Vorschlag wirklich technisch zu weit in die Zukunft, hätte gedacht. Technologien vorzuschlagen, die unsere Abwässer so reinigen, und das war unsere Intention, dass nur noch Mineralien als Dünger auf der einen Seite und Schwermetalle für die Industrie, die noch gebraucht werden, auf der anderen Seite übrig bleiben. Und Wasser dann noch letztendlich, was für Verarbeitung dann tätig gewesen wäre, war ja erst mal nicht gewollt. Da Sie mich aber ja kennen, und so ist die FDP ja auch gestrickt, auch in kleinen Schritten voranzugehen, habe ich ja gesagt, ich ziehe meinen zurück, weil Sie ja in Ihrem Antrag stehen hatten, dass wir auch weiterhin Unterrichtungen erfahren wollen und uns dann vielleicht noch schlau machen und können diese Sachen, die ich ja schon versucht hatte, mal einzufädeln dort, das im Nachgang machen. Also Sie sehen mal, die FDP ist mitfühlend und erfolgsorientiert nach vorne blickend. Von daher sage ich, wir werden Ihrem Antrag zustimmen und werden weiter zusammenarbeiten. Dankeschön fürs Zuhören.